So Freunde, ich bin jetzt hier bei meiner Mama. Ich habe dem Hannes eine Playstation 5 gekauft. Vor über einem Jahr habe ich gesagt, ich werde ihm niemals eine Playstation 5 kaufen. Und wie er heute Abend reagiert, das filme ich live. Hey, jetzt ist das 5. Gartenschlauch. Hello. Danke. Das ist mir das Beste, oder? Das ist das Beste, oder? Weißt du noch gar nicht? Ich sehe noch gar nichts. Quatsch jetzt. Ich sehe gar nichts bei zwei Papierschreiben. Was ist das?